Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar stelle ich euch heute mein Pixel Art mit Cristiano Ronaldo vor. Ja, das habe ich circa vor, keine Ahnung, einem halben Jahr gebaut. Ursprünglich sollte es zu Ben ein Lucky Blocks Battle Bild sein. Allerdings konnte man das nicht verwenden, da ich so viele verschiedene Blöcke benutzt habe. Deshalb werde ich jetzt daraus eine Art Speed Art bauen. Ich habe circa sechs bis acht Stunden hier dran gebaut. Ich habe das leider nicht aufgenommen. Deshalb werde ich gleich ein Programm starten, welches Ilja für mich programmiert hat. Vielen Dank nochmal an Ilja an dieser Stelle. Wie das Konstrukt gleich aufgebaut werden wird durch dieses Programm, zeige ich euch gleich mit ein bisschen Musik. Also viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.